hallo ihr lieben und damit herzlich willkommen zurück auf der la cornella ja was soll ich heute mit euch machen ich habe lange hin und her überlegt denn es ist alles soweit vorbereitet im endeffekt wir haben alles angeseht wir haben volle lager unsere tierchen sind versorgt also unsere schäfchen sind versorgt und ja eigentlich wollte ich mit euch wirklich die produktion befüllen aber selbst die sind schon rammelvoll also da muss erst mal fett produziert werden bevor wir da wieder was rein kippen können also habe ich angefangen ja die wiese zu mähen ich habe gedacht ach komm wir haben zwar heuballen wir haben strohballen wir haben loses gras eingelagert aber man könnte doch mal gras pressen ja also ich habe es jetzt schon gemäht ja jetzt muss ich natürlich durch die frucht fahren ganz toll ganz tolles ei warte mal guckt mal bitte weg gucken gucken sie bitte einen moment weg kurz kurz moment warte ich sage euch gleich wieder und jetzt könnt ihr wieder gucken ja das ist ja wenn es mal schnell gehen muss und so ja das heißt ich habe jetzt unsere wiese also schon gemäht mit gleich mit schwad gemäht und da werden wir jetzt einfach mal grasballen pressen und die können wir ja dann wiederum ins gras lager oben packen das kann ja gott sei dank beides annehmen und dann können wir uns wenn wir dann irgendwann der meinung sind wir möchten silage ballen haben ich meine wir haben fertige silage im silo ich sage ja es ist wirklich alles fertig gerade im moment also wir müssen jetzt wirklich warten ich bin falsch gefahren wieso bitte ich denn hallo warum bin ich nie lang gefahren weil ich das so intus habe zur dings zu fahren zur warte kann ich hier oben nicht auch lang fahren warten sie mal wir sind hier ja ja genau dann können wir hier lang fahren weil ich hier zur mehlproduktion eigentlich fahren wollte hatte ich das noch so drin ne ja lieber kuhstall du wirst in 50 folgen uns gehören ja ich freue mich aber schon drauf ich will käse produzieren und kühe füttern und ja das ist nämlich total schön gemacht hier mit dem stall ja das heißt also jetzt erstmal grasballen pressen dann können wir ja nebenbei ein bisschen schnattern ja das ist ja nicht verkehrt in der hoffnung dass die ballen presse da oben steht wo sie stehen sollen ja sehr cool ne mit dem kuhstall da freue ich mich echt mega drauf weil wir hatten ja im test spiel stand mal befüllt mit kühen und das sieht echt witzig aus wobei es ein bisschen interessant ist wenn ja gewisse dinge gemacht werden aber das gucken wir uns dann an wenn es soweit ist also ich hoffe es ist bald soweit sehr cool ja man ist ja immer so bestrebt alles so uns laufen zu kriegen und dann ist er jetzt hat man auch so ein punkt man hat noch nicht alles auf der map und irgendwann hat man so ja sage ich mal seinen tagesablauf hier durch und ja da muss man warten dann spult man unter umständen vor und macht hier und macht da und ja es gibt so phasen da hat man eigentlich nicht wirklich viel zu tun aber ist ja normal in einem frischen relativ jungen spielstand ist das ja normal ja und wenn man denn irgendwann alles hat hoch mich ein bisschen naranieren dann sieht die welt anders aus dann sagt man sich manchmal war das geil als ich noch nicht so viel zu tun hatte aber ja so ist es aber das ist ja genau das was wir erreichen wollen dass hier alles läuft alles ja mehr oder weniger voll ist dass man denn hier wieder auffüllt da wieder was auffüllt und alles tuti paletti ist und so weiter und so weiter ach so ja der macht das ja so ja sehr cool oder ich finde es also ich freue mich da schon drauf hatte ich ja schon sehr 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 lange nicht mehr dass man mal so spielstand wirklich zu so einem punkt gebracht haben und wir sind aber eigentlich auf einem guten weg also können uns jetzt glaube ich nicht beklagen was mich mal interessieren würde ich weiß ja dass der ein oder andere von euch die map hier auf spielt wie ihr spielt ob ihr ähnlich angefangen habt wie wir das jetzt hier machen erstmal feldfrüchte verkaufen 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 um dann geld zu haben oder ob ihr gleich mit irgendwas ganz anderem angefangen habt dass ihr euch nur das notwendigste gekauft habt und dann vielleicht gleich mit dem holz angefangen habt oder was gibt es ja sicherlich auch die variante ja auch nicht verkehrt das würde mich mal interessieren was so eure wege sind da würde ich mich freuen wenn ihr dazu mal was schreiben würde weil vielleicht habe ich irgendwas nicht auf dem schirm wo dann vielleicht so kommentar auch mal ganz hilfreich sein könnte doch gar nicht mal so schlecht ja dann hat es ja einen kommentar unter dem letzten video gegeben fand ich ja sehr niedlich da ging es um die sehmaschine ja dass da auch so eine sehmaschine sich gewünscht wird die im endeffekt alles kann um sich die arbeit ein bisschen zu erleichtern weil ich glaube wenn man denn an diesen punkt was ich eben erzählt habe kommt dann also dass man wirklich viel zu tun hat dann macht so eine sehmaschine echt sinn und es wird dran gearbeitet also das kann ich schon sagen aber wann wie wo was keine ahnung ich darf es euch auch sagen dass dran gearbeitet wird ich habe extra nachgefragt das ja aber wann können wir es echt nicht sagen weil wir wollen die dann im endeffekt auch selber erstmal durchtesten und ja haben sie geduld vielleicht klappt es ja auch alles gar nicht so wie wir das gerne haben wollen ja weil wenn dann wieder irgendwelche tiere auf mysteriöse art und weise die map verlassen gleich inklusive gebäude dann macht das ja auch wenig sinn ja und ich meine hier sind ja wieder auch andere feldfrüchte drauf als auf anderen maps ja schon allein mit dem reis und so das hat man ja alles nicht überall ja und ja da muss man erstmal das werden wir dann selber erstmal ganz in ruhe testen und da machen wir uns aber auch überhaupt keinen stress also geduld 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 ja wird schon so ich glaube mir fallen so nach und nach sowieso noch ganz viele mods oder änderungen an mods ein und na mal gucken mal gucken ich muss mir das erstmal zeigen lassen wie das überhaupt alles geht dass ich denn vielleicht auch mal was selber machen kann ich bin ja schon ganz stolz darauf dass ich zäune versetzen kann und was weiß ich nicht was dass ich mich so weit schon mal mit dem editor beschäftigt habe ich weiß es ist richtig richtig übel ja ist jetzt keine kunst ja aber da fehlt im moment so ein bisschen die zeit und alles immer über irgendwelche gespräche und was weiß ich nicht was und dann sagt dir jemand so musst du das machen und so funktioniert es und aber wenn man denn nicht davor sitzt ist es auch blöd ja ist doch mal alles nicht so einfach umzusetzen so na gucke mal das geht doch hier schon gut mit unserem welten welchen ja alles klar bald hast du urlaub isa bald hast du urlaub vielleicht kehrt denn ja auch ein bisschen das deutsch zurück ich freue mich auf mein urlaub ja und ich will ja nicht egoistisch oder so klingen aber ich habe mir echt verdient aber ich glaube das geht uns allen grad so ne ich glaube wir sind alle momentan etwas überlastet die die nicht überlastet sind die haben probleme an anderen stellen würde ich mal behaupten ja schön dann können wir die ballen ins lager reinbringen dann haben wir da auch mal welche auf vorrat die können wir uns ja so rausholen wie wir sie brauchen können wir ja theoretisch rausholen und wickeln ja wenn wir sagen auch jetzt immer im silo silage kann man ja kann man ja mal haben so ein paar gras ballen das ist doch nicht verkehrt ist immer gut so hervorragend na gucke mal das sollte man doch sogar die folge ja noch fertig kriegen oder da man gerade bei neun minuten ui ich bin ja mal recht flott unterwegs schön ja ich meine wir könnten auch sachen verkaufen ich habe auch geguckt da bloß die preise sind wirklich gerade nicht gut also nicht so wie ich die gerne hätte ja und sag ich mal wir haben nur sag ich mal so von jedem so sechs sieben acht paletten auf lager und sich damit jetzt den preis kaputt machen wäre jetzt wirklich schade ne da warte ich lieber da sammle ich lieber noch ein bisschen vielleicht haben wir ja schon glück dass wir zur nächsten folge dann sag ich mal vielleicht so ein bisschen geld zum ja shoppen haben dass wir dann schon mal noch ein schrittchen weiter kommen gucken wir einfach mal das ist wieder so ich weiß auch nicht im moment also so ls ist ja eigentlich so ein spiel was eigentlich ruhig ist ne aber mich hat hier so nicht der ehrgeiz gepackt ich will vorwärts kommen ne und wenn sich dieses konto nicht füllt das finde ich voll blöd oh je ja gerade wenn man sich so wirklich pläne macht und so eins nach dem anderen erwirtschaften will dann hibbelt man irgendwann oder geht euch das auch so und sagt ach Mensch jetzt mal die 40.000 wenn du die jetzt hättest dann könntest du und ja und dann fährt man Grasballenpressen ne ich glaube das geht euch auch so bin ich mir ziemlich sicher ich glaube interessant wird es denn wenn das sparen für den kuhstall ansteht also ich glaube wirklich wir steigen noch vorher um also was heißt nicht um aber ich glaube wirklich dass wir uns noch hühner zulegen vorher weil wenn der eierpreis mal gut ist können wir mal gucken was für ein eierpreis wo sind sie denn hallo liebe eier wo seiten ihr wo haben sie sich versteckt wo hallo gibt es hier keine eier du kannst sagen gibt doch hühner na gucke mal und wenn man das so wie mit der wolle macht so nebenbei laufen lässt hühner sind jetzt ja nicht unbedingt pflegeintensiv ist ein recht geringer aufwand dann bringt das auch mal noch ein nettes talerchen hinzu ich glaube ich glaube ihr seid bestimmt damit einverstanden wenn ich von meinem plan abweiche und zwischenzeitlich noch hühner kaufe oder können wir da auch noch nach paletten gucken und so weiter und hier noch was verkaufen da noch was verkaufen ja ich glaube das machen wir ich mag das wenn man viel zu tun hat ja weil das schöne ist ja man muss es nicht zwangsläufig alles sagen wir mal auf 100 prozent lassen man hat ja immer so ein bisschen diese karenzzeit wo man sagt ach den heutigen tag schaffe ich jetzt nicht mehr das zu machen aber sag ich mal jetzt so wie bei den schafen wenn sie sagen wir so bei 60 prozent futter sind oder so dann ist das jetzt nicht so schlimm sie sind ja versorgt sie haben ja alles was sie brauchen da kann man sich wirklich auf andere sachen die dringlicher sind konzentrieren ja also ich stelle fest grasballen pressen ist nicht gut für unsere finanzielle situation es kommen immer so wahnsinnig viele gedanken was man so machen könnte ja ich sehe schon ich weiß schon was ich in meinem urlaub mache ja aber nicht nur ein bisschen ein bisschen freizeit ein bisschen ruhe im garten rumwerkeln freue ich mich drauf wenn meine tomaten noch zwei wochen hier auf dem balkon verbringen müssen und diese eisheiligen nicht endlich mal ruhe geben dann pflanze ich meine tomaten glaube ich mit früchten in den garten die haben blüten also es muss jetzt rausgehen das ist eigentlich total traurig ja so warte mal wir seppen mal durch denn ich glaube bei den hängern das ist der hier der hier ist es genau dem fahren wir jetzt los und dann werden belleköns gekauft äh verladen gekauft ich kaufe doch keine ballen mensch ich habe selber ganz viele so weit kommt es noch fahren wir hier lang dann sind wir oben am hof dann brauchen wir uns da am feld nicht lang quetschen ja machen wir alles klar ist mir auch aufgefallen ich kann mich jetzt auf der map also gut der start der folge war natürlich super weil ich eigentlich voll auf mehl aus war kann mich mittlerweile sehr gut orientieren also das ging doch schneller als gedacht hier denn wir waren ja noch lange nicht überall aber das muss sagen fällt hier eigentlich echt leicht das ist gut durchdacht hier also für mein empfinden ich komme mir zurecht ja immer diese bäume und mauern achso wobei doch mehr kommentaren waren ich finde nicht dass diese web zu viele bäume hat ich finde es genau richtig so ähm punkt eins kann man ja forsten wenn es einem zu viele bäume sind punkt zwei muss ich jetzt mal so ein bisschen in die verteidigungshaltung gehen und sagen für mich macht grünzeug auf einer map unwahrscheinlich die map aus ich mag es nicht wenn der map kahl ist und man im endeffekt sich an ein ende der map stellen kann und bis zum anderen gucken kann also da sollte schon so ein bisschen ja weiß ich nicht also ich finde es gut so ich mag sowas ja sonst würde ich glaube ich auch nicht spielen ja ich kann mich nicht beklagen also ich finde es sehr sehr gut so wie es ist ich meine ich fahre immer irgendwo gegen und wenn es der eine baum ist der auf der map steht ja irgendwann treffe ich ihn definitiv ja und das stört mich aber auch gar nicht aber das macht doch den Charme aus so ist es ja auch in der realität also wenn ich bei uns hier so raus gehe gut ich meine im harz ist es natürlich so dass man sowieso viel grün und so hat und ja bei uns sieht es auch tatsächlich so aus also wir haben halt viele bäume für mich ist das normal ja ja soviel dazu ja aber das ist ja gott sei dank geschmackssache und gott sei dank gibt es genau eigentlich für jeden geschmack die richtige map muss ich wirklich sagen ich glaube es findet jeder was wo er sich wohl fühlt na so was haben wir denn hier große paletten natürlich nicht nein auch nicht auch nicht ja 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 und jetzt machen wir hier mal ja und dann nehmen wir einfach mal so ein bisschen mit was hier so rum liegt machen wir erstmal eins voll und dann was andere hängerchen ja hier ui ähm tschuldigung auf dem acker Achterband fahren nein naja ist eine wiese ist mir schon klar ist mir schon klar aber guck mal läuft doch super so stelle ich mir das vor naja komm so ein bisschen luxus kann man sich doch mal gönnen so Achtung Blätter ups Entschuldigung guti ihr süßen ich würde sagen ich mache das hier fertig bringen das dann ins ballenlager dann haben wir die wiese nämlich hier auch fertig denn ist auch die wiese auf dem stand fertig ja und dann heißt im endeffekt ab warten bis zum nächsten tag und ja dann geht es weiter ja dann wird wieder geerntet und so weiter und so weiter und dann haben wir vielleicht vielleicht bald das geld für die küchen zumindest mal für die mischfutter anlage so warte mal hier müssen wir auch mal hier so warte 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 ja und so ja ihr lieben dann würde ich sagen ich bedanke mich bei euch für diese folge ganz herzlich fürs zuschauen wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen tag beziehungsweise kommt die folge ja nun sehr sehr spät also wünsche ich euch einen schönen abend ja und dann würde ich mich freuen wenn wir uns in der nächsten folge wiedersehen also bis dahin macht's gut tschüss bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt Vielen Dank.